Hallo Freunde, der Volkslehrer hat sich mal wieder nach Chemnitz begeben, denn hier findet heute das Konzert Rock gegen Rechts statt. Ihr wisst ja, in Chemnitz wurden ein paar Ausländer von einem braunen Mob durch die Straßen gejagt vor kurzem. Also einen Mord gab es auch von einem Ausländer, aber das ist letztendlich ja egal. Der braune Mob tobt, zeigt unbekümmert Hitlergrüße und skandiert irgendwas wie, ich weiß gar nicht, Deutschland in Deutschland, nee sowas nicht, also Merkel muss weg. Ja, also ganz, ganz furchtbar. Und deswegen hat sich der Rechtsstaat natürlich entschieden, etwas dagegen zu unternehmen. Man geht konsequent vor und hat die Totenhosen eingeladen, Feine Sahne, Fischfilet, KIZ und noch irgendwelche anderen Bands aus diesem Zusammenhang, um ein deutliches Zeichen zu setzen. Das Besondere, die Gäste, die heute kommen, müssen keinen Eintritt bezahlen. Sie können einfach hierher kommen und noch viel besser, der Busunternehmer Flixplus, Flixbus, verlangt auch keine Gebühr für die Fahrt hierher. Das heißt, busweise kamen sie angekarrt nach Chemnitz, um hier ganz zivil couragiert Gesicht zu zeigen gegen Rechts, gegen Rassismus. Deswegen sind auch wir hier, um die Gesichter zu sehen und vielleicht mit ihnen zu sprechen und mal sehen, was noch so passiert. Jedenfalls, die Fahrt hierher war auch schon schön. Wir haben ganz, ganz viele Linke gesehen, die Autos waren vollgestopft und hinter mir sieht er auch, wie sich der Schwall Richtung Innenstadt ergießt. Naja, wir gießen einfach jetzt mal mit. Bis gleich. Wir sind jetzt hier an einem bekanntem Ort, auf der Seite der Karl-Marx-Kopf, wo wir noch vor zwei Wochen schön getanzt haben, wo vor einer Woche die rechte Demonstration war und wo heute wild getanzt wird, wieder zu hummernden Bessen und harten linken Beats. Und auf der Seite befindet sich das Umsonst-Festival mit den schon genannten Szenegrößen. Ein paar Meter weiter über die Kreuzung rüber, da fand die blutgünstige Mordtat statt. Ich weiß gar nicht, ob die Menschen das hier wissen, die hierher kommen. Ist egal. Hauptsache, sie feiern schön und zeigen Herz statt Hetze. Und das tun wir jetzt auch. Ja, hinter mir ist mein Lieblingsartikel des Grundgesetzes. Artikel 3. Gegen jede Diskriminierung. Und auch die politische Anschauung ist frei. Geschlecht, Rasse, Herkunft, alles frei. Und ich finde super, dass die Leute das hier im Fokus haben. Das wird ja leicht vergessen. Aber ob die Linken genau wissen, was sie damit eigentlich aussagen, auch das ist mal wieder zweifelhaft. So, hier ist der Tatort, wo der junge Daniel H. niedergestochen wurde. Es haben sich hier ein paar Menschen versammelt, um an ihn zu erinnern und an die Grausamkeit dieser Tat und auch an die Hintergründe dieser Tat. Zwei Veranstaltungen, die hier erinnern sollten, wurden nicht zugelassen. Sozusagen Gegenveranstaltungen zu dieser Doppelfeier, da und da. Aber trotzdem haben sich Menschen nicht abstrecken lassen, hier hinzukommen. Ich konnte leider keinen für ein Interview gewinnen, weil die Menschen, die hierher gekommen sind, Angst haben vor Repressalien. Es wurde ihnen gedroht. Es wurde ihnen mit Knüppel, Schlägen gedroht. Sie haben Angst, ihren Beruf zu verlieren. Ich kenne das ja nur zu gut. Aber nichtsdestotrotz sind sie da, um das einfach eben nicht so hinzunehmen. Ja, es mutet wirklich schon extrem bizarr an, hier die völlig blinden Menschenfreunde hinter mir zu sehen, oder? Hallo, ganz, ganz liebe Grüße aus Chemnitz. Wir kannten den Daniel und wir wollen euch zeigen, dass wir nicht fremdenfeindlich sind. Wir sind ein Volk, was Angst hat. Wir haben Angst, auf die Straße zu gehen. Bitte, da draußen, wenn ihr uns hört, nehmt mir alles das, was euch erzählt wird, für ernst. Für uns ist es ein großer Schritt. Aber wir wollen euch zeigen, dass wir in der Razzistisch sind. Danke. Willst du noch was sagen? Okay, danke schön. Okay, danke. Also zwei haben doch den Mut gefunden, was zu sagen. Und ich muss sagen, das nimmt mich auch jetzt richtig mit. Ich nehme es den Frauen ab. Das sind keine rechten Hätzer hin, oder? Da bin ich auch dagegen, ne? Ich finde, das sind verschiedene Sachen. Also ich finde, das darfst auf keiner Seite bringen. Ich finde, es soll dann hier locken. Und ich finde, kannst du also, wenn ich jetzt mal Bezug nehmen darf auf einzelne Videos, das ich gesehen habe, das war über so eine Veranstaltung, die hier so ein Schild und Schwer fest. Genau, Rostkitz, genau. Beispiel, in dem Video gehen wir durch die Stadt und sagen noch so ein Banner, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was Kinder gemalt haben. Und sagen dann, dass das Erstehen dieses Banners in der Schule eine unzulässige Indoktrinierung wäre. Genau. Also wie begründen Sie das zum Beispiel? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So, wir verlassen jetzt das Gelände, denn der Boden wurde langsam ein bisschen heiß. Antifaschisten haben sich versammelt und haben uns des Platzes sozusagen verwiesen. Hier wurde mein Schildchen hier abgerissen und ich meinte, hast du was gegen freie Presse? Und dann wurde gesagt, ich habe was gegen so eine faschistische Scheiße, wie du machst. Naja, weil es dann eben viele wurden, haben wir gedacht, komm, ist vielleicht Zeit zu gehen. Ich denke, wir haben einen guten Eindruck für euch jetzt hier geliefert. Das ist gerade los in Chemnitz. Ja, ist das ein kleines Abbild für das ganze Land? Ich fürchte fast, aber ich hoffe, es besinnt sich noch. Es besinnt sich noch. Gut, auf geht's Richtung Ostsee.